Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Arbeit im Dienste der Wissenschaft, akademische Forschung und Lehre als Beruf, für viele klingt das so attraktiv, dass sie dafür zahlreiche Entbehrungen auf sich nehmen. Das zeigt der Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs. Wer sich für den Verbleib in der Wissenschaft entscheidet, tut dies vor allem aus Leidenschaft. Karriereperspektive oder Arbeitsplatzsicherheit spielen für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs nur eine untergeordnete Rolle. Glücklicherweise ist das so, muss man fast schon sagen, denn im Wissenschaftsbetrieb sind beides bislang regelrechte Fremdworte, und das muss sich endlich ändern. Der Umfang des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen unterhalb der Professur ist von 2000 bis 2014 um 76 Prozent auf 145.000 Beschäftigte angewachsen. Eine gute Entwicklung, könnte man meinen, vor allem natürlich auch angesichts der rasant gestiegenen Studierendenzahlen. Aber im selben Zeitraum stagnierte die Zahl der unbefristet Beschäftigten. An den Universitäten ist diese Zahl sogar leicht gesunken. Und das ist der große Skandal. sage und schreibe 93 Prozent des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses an Hochschulen, also fast alle wissenschaftlichen Beschäftigten unter 45 Jahren, verfügten im Jahr 2014 nur über eine befristete Anstellung. Das ist eine ungeheuerliche Zahl. Fakt ist, die Wissenschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte, insbesondere die Umstellung der Finanzierung auf Drittmittel, haben den Wissenschaftsbetrieb regelrecht präkarisiert. Und die Beschäftigten müssen jetzt die Folgen dieser Politik ausbaden. Es ist mittlerweile fast die Regel, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf mehreren Teilzeitstellen gleichzeitig arbeiten, dort jeweils mehr Stunden investieren, als sie eigentlich bezahlt bekommen, und dann auch noch schlecht bezahlte Lehraufträge annehmen, um den Betrieb an den Hochschulen überhaupt aufrechtzuerhalten. Kein Wunder also, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten im Schnitt doppelt so häufig kinderlos bleiben. Und das trotz Kinderwunsch, wie der Durchschnitt aller Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen. Ich denke, die herrschende Wissenschaftspolitik ist familienfeindlich. Das ist ein zentraler Befund dieses Berichts. Nehmen Sie die Auswirkungen in Ihrer Politik mal zur Kenntnis. Wenn die Bundesregierung nun behauptet, dass sie an diesem Problem arbeiten würde, dann mag das stimmen. An einer Lösung arbeiten Sie wohl aber eher nicht, denn Ihre Maßnahmen sind halbherzig und die Wirkung fraglich. Ziel der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes war ja angeblich, den Befristungswahnsinn einzudämmen und den befristeten Arbeitsvertrag auf die Qualifizierung, also zum Beispiel auf eine Promotion zu beschränken. Aber, ja, das ist gut, dass das noch das Ziel ist. Das Ziel ist aber, daran muss man dann auch noch arbeiten. Denn auf die Kleine Anfrage der Linken vor ein paar Wochen antwortet die Regierung dann zum Beispiel, ich zitiere, der Begriff der Qualifizierung ist der Auslegung zugänglich und kann auch im Rahmen einer kurzen Befristungsdauer verfolgt werden. Zitat Ende. Im Klartext. Sie weigern sich zu definieren, was unter Qualifizierung zu verstehen ist. Und jetzt kann alles Mögliche dazu gemacht werden. Und das nehmen Sie ganz bewusst in Kauf. Und genauso, genauso zu Lasten der Beschäftigten geht auch die folgende Aussage der Bundesregierung aus der gleichen kleinen Anfrage. Ich zitiere, es können auch sinnvolle Teilabschnitte bei der Qualifizierung gebildet werden. Zitat Ende. Damit öffnet die Bundesregierung kleinteiligen Stückelverträgen doch Tür und Tor. Ist das das, was SPD und Union unter Bekämpfung des Befristungsunwesens verstehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und was das Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs betrifft, der Umfang des Programms reicht nicht aus, um relevant Karriereperspektiven zu schaffen und vor allem, um endlich mal die Betreuung der Studierenden zu verbessern. Und ganz ehrlich, die Perspektive dieser tausend Tenure-Track-Stellen ist ja jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Denn die Fortsetzung des Hochschulpaktes steht in den Sternen, weil die Union das ja blockiert. Die Hochschulen haben überhaupt keine Planungssicherheit. Und da ist dann schon die Frage, ob die Tenure-Tracks wirklich sicher in eine Professur münden oder ob die Stellen nicht doch noch einer Überarbeitung des Personalplans zum Opfer fallen oder ob eben im Gegenzug andere Professuren gestrichen werden. Und das muss wirklich unbedingt verhindert werden. Kolleginnen und Kollegen, dass es angesichts dieser Zustände noch nicht zum regelrechten Aufstand an den Hochschulen gekommen ist, liegt wohl vor allem am hohen Enthusiasmus der Betroffenen. Aber ich denke, auch dieser Enthusiasmus hat irgendwo seine Grenzen. Auf den Demonstrationen des March of Science in Deutschland haben die meisten Redebeiträge die unsicheren und ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft thematisiert und angeprangert. Und recht haben sie. Echte Wissenschaftsfreiheit, echte Wissenschaftsautonomie gibt es nur mit guter Arbeit und ökonomischer Unabhängigkeit. Die Bedingungen dafür herzustellen, das ist die Aufgabe von Politik. Die Linke steht dafür bereit. Vielen Dank. Vielen Dank, Nicole Gohlke. Nächste Rednerin Dr. Simone Raaz für die SPD-Fraktion.